Hallo, ich bin Tim, der Margarine König. Es haben fast 300 Menschen auf dieser Welt abgestimmt, dass ich Margarine essen soll. Ja, nichts leichter als das. Ja, Margarine zweimal essen. Ist doch nicht so einfach, aber wir probieren einfach mal. Siehe da, es ist noch zu... Kleine Löffel, große Löffel. Welche Strategie haben wir heute? Einfach essen, ne? Ich darf den Mund nicht so voll nehmen. Das ist bis jetzt das einfachste Video. Zweimal Margarine. Ich habe gerade eine Packung gegessen. Dann muss ich wieder trinken. Alles gut. Peinlich, wenn es meine Arbeitskollegen sehen. Ich grüße euch hier an dieser Stelle. Streich zart. Jetzt streichten sich Butter aufs Brot. Oder auf die Semmeln. Man löffelt die einfach. Oh, irgendwie hat die Butterkohlensäure in sich. Um immer zu röpsen. Vielleicht ist die Milch auch schlecht. Abgelaufen? Naja, bis 16.30 Uhr waren sie haltbar. Alle. Nummer eins. Warum habe ich nicht zur Auswahl angegeben? Eine Butter. Easy geschafft. Aber jetzt wird es lustig. Zweite Butter. 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 Margarine. Das Video ist ja eine Maggi Flasche. Eine Maggi Flasche. Okay. Das habe ich von Paul. Also jetzt wird es richtig eklig. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Milch. Butter. Milch. Irgendwie stopft das. Irgendwie stopft das. Das kam unerwartet. Das ist ja so gut. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Ich will das. Aber. Es geht schon offen. Eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob mäna Nachbar denken. Ich drehe ja um Porno oder so. aber es ist auch noch eine Macarine. Warte, warum trinke ich Milch? Wenn ich Macarine trinke. Ja, esse. Komm mit meinem Mund. Ich hab mit der Kamera gerade mal umgeworfen. O, man. Ich hab mich nicht mehr. Es tut mir leid. Der Schifo hat sich noch mal im Keller Muchas Gutes. Und ich habe mich nicht mehr darauf, Ich glaube das reicht den Löffel noch, dann habe ich zwei Packungen Margarine getöffelt. Geht es euch gut? Ja, ich habe zwei Packungen Margarine geschafft und das heißt, ich habe das Video geschafft. Das Video geht jetzt schon 20 Minuten, ich stecke das jetzt noch in den Mund, dann trinke ich noch ein Hieb Milch und dann starte ich schön an meinem Wochenende. Oh, rossisch. Das ist ganz gut, rossisch. Alles auf dem Stuhl. Nicht gut, ich muss kutzen. Oh, das alles ist jetzt. Ich hab's die Geräte. Also, ich hab's die Geräte. Das ist ja so schön. Ich hab's die Geräte, ich habe die Geräte. Ich hab's die Geräte, wenn ich- Die Geräte ist die Geräte, die Geräte ein, wenn ich leufe. Aber wenn ich euch nicht gewinne hätte, soll ich hier nicht nehmen. Die Milch spüren einfach nur. Jetzt kommt es gleich. Das macht nichts. Ich habe es geschafft. Alles gut. Ich habe zwei Wacken Margarine gegessen. Ich empfiehl es euch weiter. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Gebt wie immer einen Daumen nach unten. Und die Milch ist alle. Naja, komm ich habe ein bisschen geschummelt. Da ist noch ein bisschen Milch drin. Scheiße, das hat man gehört. Sonst hätte ich gesagt, es sind alle. Milch ist alle. War gut. Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Anschnauen. Schönen Sonntag, schönen ersten Advent. An euch ganzen Shitbrainers. Und vielen Dank nochmal, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt. Bei meinem ganzen Vorhaben. Wir haben auf YouTube schon fast die eine Million Abonnenten geknackt. Na ja. Ein bisschen weniger als eine Million. Die genaue Zahl kann ich euch nicht sagen. Haut rein. Tschüss habe ich gesagt. Ich liebe mich. Und das war's jetzt. Ich liebe mich. Ein bisschen mehr als Fein. Abonnieren. Ich liebe mich.